Wir sind der SC, SC Potsdam! So, liebe Mitgliederabteilung Volleyball, wir sind zurück mit einem weiteren Basisteil, das heißt also eine Sache, die wir immer wieder wiederholen können. Für uns als Volleyballer ist gerade in der sportfreien Zeit extrem wichtig, fit zu bleiben. Wir als Volleyballer wissen, welche Muskelgruppen wir besonders brauchen für unseren Sport. Das ist der Schulterbereich und der gesamte Core, also Hüfte, Bauch und Rücken. Hier wollen wir euch jetzt eine Auswahl an Übungen vorstellen. Es gibt eine Million Übungen dazu. Wir haben uns einfach jetzt auf ein paar Übungen beschränkt, die wir euch zeigen wollen, wie ihr zu Hause nachmachen könnt. Es ist hier wirklich für uns das Wichtigste, dass ihr das macht. Und je nachdem, wie oft ihr das macht, wäre für uns gut, wenn man eine Steigerung sieht. Das heißt, dieses Blatt könnt ihr euch wirklich mehrfach ausdrucken und zeigen. In der ersten Woche habe ich meinetwegen so viele Wiederholungen geschafft. In der zweiten schon jeweils eine, zwei oder manchmal sogar fünf mehr. So, wir starten mit unseren Übungen. Die erste Übung ist der sogenannte Burpee. Das heißt Liegestützposition. Rauber runtergehen, Sprung mit den Füßen ran, einmal nach oben. Wichtig ist hierbei nicht, dass ihr gerade bleibt. Und dass ihr nicht die Knie auf den Boden nehmt, um schnell nach oben zu kommen. Gut, was ist die erste Übung? Jetzt kommen wir zum weiteren Klassiker, und zwar der sogenannte Unterarmstütz, oder Neudeutsch Plank. Um hier die richtige Haltung zu haben, kann man sehr gut ein Wesen ans Hilfe nehmen. Und zwar haben wir diesen Wesenstil, und den legen wir einfach auf den Übenden rauf. Ja, und es muss Po, Schulter und Hinterkopf, müssen den Wesenstil berühren. Habt ihr das geschafft, habt ihr die perfekte Position. Sollte es für euch zu anstrengend sein, oder ihr es nicht ganz so lange halten könnt, dann lieber den Po ein bisschen hochnehmen, ja, als durchzuheben. Ja, auch hier sind wieder Zeiten angegeben, ja, die ihr schaffen solltet. Und wie gesagt, je mehr Zeit ihr vielleicht schafft im Laufe der Woche, umso besser ist das Ganze. Gut. Nächste Aufgabe ist dann etwas für den Rücken, aber für den hinteren Bereich. Ja, und zwar, den hebt die Beine an, ja, paddelt ein bisschen wie ein Schwimmer, und führt die Hände einfach mit langen Armen von vorne nach hinten, mit langen Armen, gut, jawohl. Genau, schön die Arme lang lassen, Beine bleiben in Bewegung, ja, okay, sehr gut. So, dann haben wir die nächste Übung, so eine Klappmesser-Variante mit einem diagonalen Hand-Fuß-Kontakt. Das heißt, ihr stellt ein Bein an, ja, auf der Seite, wo das Bein angestellt ist, ist der Arm lang, ja, und jetzt probiert, den sich hochzudrücken und Fingerspitzen-Fußspitzen-Kontakt herzustellen, dabei die Hüfte entsprechend anheben. Ja, wir zeigen nochmal hier für den Stützarm, das heißt, der Arm ist in der Hüfte, ja, und drückt euch wirklich nach oben hoch, ja, hier, wie gesagt, ist eine sehr anstrengende Übung, wollt ihr erst mal in einer geringen Wiederholungszahl anfangen und dann steigern. So, dann kommen wir zum Liegestütz mit Schulter-Tipp, also Liegestütz-Position, ja, kann man auch wieder sehr gut den Besen nehmen, ja, muss weiter runter, sehr gut, ja, also dass man hier schon gerade ist, und natürlich beim Liegestütz den Besen runternehmen, so, einmal runtergehen, ja, also es ist wichtig, dass der Ellbogen 90 Grad hat, beim runtergehen, ja. Okay, dann immer beim Buch kommen, einmal auf die Schulter-Tipp. So, dann kommen wir zum Thema Ausfallschritte, hier machen wir gleich die Volleyballer-Variante, und zwar in Ausfallschritte mit Baggern, das heißt, die fängt an mit dem sogenannten Drop, den Haarschritt nach vorne, dann seitlicher Bagger, ja, dann nochmal ganz zur Seite gehen und dann einfach nach hinten aufdrehen, ne, immer dabei die Arme zusammenführen, ja, Diagonalposition, okay, beim, ich mach das, ich mach das, ich mach das, ich mach das kurz, ja, beim seitlichen darauf immer achten, dass Fußspitze, Knie und Kopf einer Höhe sind, ja, also das Knie soll hier sich weiter groß sein als der Fuß, ja, das ist wichtig, damit wir unser Knie nicht so doll beanspruchen, ja, wie gesagt, diese drei Schritte, kann man auch immer eine Ballerbewegung machen, aber für uns als Volleyballer ist gleich immer eine gute Geschichte, ja, zu lernen, die Hände in Position zu bringen. Gut, und die letzte Aufgabe für uns ist der sogenannte Seitstütz, so, hier haben wir verschiedene Varianten, erstmal ganz wichtig, schnell in die Position kommt, das heißt, legt euch einmal wirklich komplett gerade auf den Boden, ja, nehmt dann den Ellbogen des unteren Armes und dann die Schulter und geht gerade hoch, sodass ihr sofort in der Position seid, ja, gut, und jetzt führt ihr quasi die Hand, die oben ist, nach oben und einmal unter der Schulter durch, so, das ist die klassische Variante, jetzt machen wir die Variante, die etwas leichter ist, und zwar der obere Fuß geht neben den unteren Fuß, ja, so ist es ein bisschen leichter, ja, auch hier nochmal, die Arme machen das Gleiche und für unsere Fortgeschrittenen, den, die freut sich schon, äh, gibt es auch noch die Variante, den Fuß hoch zu nehmen, ja, und dann das Gleiche zu machen. Wichtig ist noch, dass der Blick immer den Arm, die Hand verfolgt, also guckt immer die Hand an, ja, aber immer Blick auf die Hand, richtig reindrehen, so. So, das war jetzt quasi unsere Stabilisationsübungen, Qualität geht vor Quantität, das heißt, macht die Übung sauber, ja, und lasst euch Zeit, ich schätze es keiner, ihr müsst nicht Erster oder Schnellster sein, ja, dreimal die Woche, wie gesagt, und für uns wäre es wahnsinnig toll zu sehen, dass ihr im Laufe der Woche vielleicht Fortschritte macht, mehr Wiederholung schafft, Übung länger haltet, ja, manchmal muss man hier seinen Schweinehund besiegen, aber ich denke, wir wollen ja, wenn wir wieder in die Halle können oder der Volleyball spielen können, wollen wir ja fit sein, ja, und deswegen, wie gesagt, nutzen wir diese Übungsform. Viel Spaß euch, wir freuen uns, bis zum nächsten Mal.